Leute, es gibt wieder mal einen ganz interessanten neuen Grow am Zweitkanal. Ich habe daraus jedenfalls ein, zwei Erkenntnisse mitgenommen. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung oder geht über die Infokarte hier rechts oben rüber zum Kanal, wo alles Brokkoli frei ist. Wie gesagt, ich hatte auf dem Kanal hier Strikes und will es hier daher FSK frei halten. Jedoch kommen demnächst vermehrt Grows auf dem Zweitkanal. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Habt Spaß damit.